Welcher Edelstein ist dichter und glitzert stärker als Diamant, ist aber nicht ganz so hart und kostet vor allem nur ein Tausendstel? Richtig, Zirconia. Hierbei handelt es sich um künstlich hergestellte Einkristalle aus Zirconiumoxid. Je nach Dotierung mit anderen Elementen kann fast jede beliebige Farbe erreicht werden. Reines Zirconium ist ein hochkorrosionsbeständiges Metall mit einer Dichte von 6,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Eine seiner wichtigsten Eigenschaften ist es, keine Neutronen zu absorbieren, weshalb es große Bedeutung im Reaktorbau hat. Hier wird typischerweise mit Zirkelläu gearbeitet, Legierungen, die zu mehr als 90% aus Zirconium bestehen. In der Technik finden ansonsten vor allem Keramiken aus Zirconiumoxid-Anwendung aufgrund der guten thermischen Beständigkeit und mechanischen Eigenschaften als Feuerfestkeramik, als technische Keramik im Maschinenbau, aber auch als prothetisches Material in der Medizintechnik. Hier ist die Technik in der Technik in der Technik, in der Technik in der Techniken aus Zirconium organisation. Hier liegt die Technik in der Technik in der Technik. Hier liegen die очень viel 브� athlete zumphalien, dieiska Sprache der Technik bis Scholzler Fabrikải,